Sind Sie kreativ? Ich bin davon überzeugt, dass wir alle kreativ sind, weil es eine Eigenschaft ist, die uns von der Natur mitgegeben wurde. Aber es ist auch eine bewusste Entscheidung, denn es erfordert Energie, kreativ zu sein. Wir gehen neue Wege, es werden neue Nervenbahnen in unser Gehirn gerodet und unser Gehirn will eigentlich Energie sparen. Deswegen ist es eine ganz bewusste Entscheidung, seine Kreativität einzusetzen. Fragen Sie sich doch ab und zu mal, wozu will ich meine Kreativität einsetzen? Und dann freuen Sie sich daran. Haben Sie Spaß an Ihrer Kreativität und das ganz bewusst und überlegt in dem Wissen, dass es auch anstrengend sein kann. Ich bin davon überzeugt, wir sind alle kreativ und wenn wir die Kreativität der Massen zusammenbündeln, können wir die Welt auch ein kleines bisschen besser machen. Deswegen haben Sie ganz viel Spaß mit Ihrer Kreativität.